Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon A New Beginning. Heute ist das Imkerfest, das Honigfest, irgend so etwas in der Art jedenfalls. Wir werden hingehen und ich glaube das ist dann auch wieder so eine Art Wettbewerb, die wir vermutlich verlieren werden. Und wie man vielleicht sieht oder erkennen kann, habe ich das doof umgestaltet. Ich habe alles umgebaut, die Seite und die andere Seite. Denn man sieht hier eventuell auch auf der Minimap, dass hier alles ein bisschen anders angeordnet ist. Das möchte ich euch aber nach dem Honigfest zeigen. Wir gehen erstmal dorthin. Ich werde ganz bestimmt verlieren, wie gesagt, wenn es ein Wettbewerb ist. Man kann ja auch schon so ein bisschen gucken, wie ich hier alles angeordnet habe. Ist eigentlich ganz nett. Hier den Zaun zum Beispiel habe ich selbst rum gebaut. Und hier ist das Gasthaus. Da mache ich vielleicht noch ein paar Blümchen rein, muss ich mal gucken, ob ich dann auch schöne Sachen finde. Ja, egal. Wie gehen lassen wir jetzt hier hin? Hallo, heute ist das Beekeeping Festival. Okay, ähm... Dann brauche ich bestimmt Honig. Ich habe hier Blumenhonig mit einem Stern. Ist jetzt sicherlich nicht ganz so gut, aber... Anfängerklasse. Dann lass es uns mal probieren. Wir werden wahrscheinlich verlieren, weil nur ein halber Stern. Aber vielleicht bekomme ich ja ein bisschen Freundschaftspunkte einfach nur fürs Teilnehmen. Weiß nicht. So, lass uns mit dem Imkerfest anfangen. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Da habe ich doch keine Chance. Das ist glaube ich Chile Royal. Okay. Also, sagt Hallo zu unseren Teilnehmern. Ach du, liebes Gläschen. Ja. Äh... Krapeli von der Deshido Farm. Das ist ganz okay. Ich glaube, das wird der Sieger sein. Der Venuti von der Plufia Farm. Guckt euch das diesen Ding mal an, ey. Naja, von der Peachy Farm wir. Wuhu, ja. Und dann noch die gute Chang von der Yangyu Farm. Und wie ich schon gesehen habe, wird Emma heute wieder der Schiedsrichter sein. Mhm. Sie wird uns bewerten. Da sind wir mal gespannt. Ob wir mit unserem halben Stern, mit unserem zweit-, drittklassigen Honig gewinnen können. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, ob man irgendwie als zweiter, dritter, vierter irgendwie auch gewinnen kann. Ähm... Ja, natürlich. Was auch sonst. Aber ich meine, ich... Oh... Okay. Hier ist der letzte Platz. Ja. Ähm... Ich glaube, ich kann den Honig verbessern, indem ich eventuell Parfüm benutze oder so. Flaxseed. Eine Hühnerstatue und Anfängerrezepte. Ja. Ist auch ein ganz okayer Preis. Aber... Ja. Ich kann es verkraften. So. Ich quatsch jetzt gleich noch mal alle an. Und dann zeige ich euch erst mal das neue Ecotown. Uh... Yeah. Ja. Ich bin nicht so im Bienen-Game. Ja. Das tut mir leid. Äh... Ja. Du warst ganz schön schlecht. Ich werde mir erst mal sagen, wie schlecht ich war. Aber hey, ich kann alle anquatschen und dadurch Freundschaftspunkte sammeln. Denk ich mal pro Person 100 Punkte. Immerhin. Oh, Felicity. Wie sie guckt. Felicity hat übrigens auch neulich Geburtstag. Ich habe das einfach mal eiskalt ignoriert. War glaube ich gar nicht mal so gut. Ähm... Hm... Ja. Hallo. Ja. Guckt nicht so traurig. Ich habe jetzt auch absolut nicht damit gerechnet, überhaupt irgendwas zu gewinnen. Ich war ja auch nicht auf Platz. Vollkommen okay. Lalalalala. Gib mir Freundschaftspunkte. Guckt nicht alle so traurig. Bei den Tierfests ist es viel schlimmer. Oh, da war ich richtig geknickt. Aber das ist okay. So. Oh. Sooski steht hier bei denen dabei. Das sind hier quasi so die Männer, die ein bisschen was von sich halten. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, dass der hier vielleicht bei den anderen Herren steht. Aber offensichtlich nicht. So. Hier guckt wieder Böse, wie immer. Und dann noch zu kurz der stylische Ellen. Ach, hier. Ah, Michelle. Michelle steht bei der süßen Yuri. Alles klar. Gut. Ja. So. Ah, das bin ich wieder bei mir an der Farm. Na gut. Also, dann mache ich mal einen kleinen Farm-Rundgang. Hoffentlich gefällt es euch halbwegs. Es gibt noch viele freie Flächen. Aber unendlich viel verbauen könnte ich nicht. Also Emma wohnt immer noch hier. Ich hätte sie eigentlich woanders hinziehen lassen können. Aber die Versandbox. Und ich hätte eigentlich auch eine neue bauen können. Aber habe ich gelassen. Ist ja auch okay. So. Hannah habe ich hier hingesetzt. Habe ich sogar den Zaun vervollständigt. Ist ja ganz okay soweit, ne? Hier ist der Architekt. Also hier wohnen Rebecca und Toni drin. Toni war doch sein Name, oder? Ja, ich glaube. Hier ist der Friseur von Ellen. Der Friseursalon. Und hier unten ist einfach momentan noch nichts. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas hinbaue. Oder ob da noch irgendein Haus hinkommt. Oder irgendwelche Einrichtungen. Ich kann es euch nicht sagen. Hier runter geht es zum Restaurant. Und hier geht es hoch. Hier oben ist fast gar nichts. Also das ist auch relativ leer. Ja, hier werde ich vielleicht noch ein paar schicke Sachen mal hinbauen. Hier ist die Reiseagentur. Habe ich auch schon den Zaun drum gemacht. Hier hinten. Da muss ich doch den Zaun bis hinten durchmachen. Aber da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr dazu. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, hier geht jetzt ein Weg entlang. Hier wohnt Michelle. Und hier drüben ist das Inn. Das Gasthaus. Hier unten ist auch noch eine große freie Fläche. Ihr könnt da auch noch ein Haus oder irgendwelche anderen Sachen hin. Ist auch noch relativ viel frei. Naja, nun gut. Viel frei noch. Aber ist ja klar. Vorher haben wir ja alle drauf gepasst. Und jetzt musste ich das alles ja so ein bisschen strecken. So, okay. Das habe ich euch jetzt soweit gezeigt. Auch schon mit Bänken und alles schon dekoriert hier. So mit so kleinen Sachen. So mit ein paar Bäumchen. Und hier habe ich irgendwie so halbwegs versteckt. Einen kleinen Schafschrein hingestellt. Und ach ja, man kann ja auch nach unten gehen. Und hier ist die Schneiderei. Und hier geht es jetzt mehr so zu den Wohnsachen. Ich habe mich übrigens auch dazu entschieden, Klaus, also den Arzt, hier hinten auch ins Wohngebiet zu verfrachten. Weil ich ihn A eh nicht so oft benutze. Und B, meine Güte, ist es Klaus. So, ja. Ähm. Hier ist jetzt Nil. Hier wohnt Soseki. Da kläre ich ja mal einen Eingang. Habe ich ihm eigentlich heute schon ein Aal mit Reis geschenkt? Hoffentlich ist da nicht gerade was. Ne, sieht nicht so aus. Wo ist er denn? Da. Hallo. Ah. Je größer, das steht schon. Äh. Manchmal für Artikel. So, gell. We're getting busy soon. Wie jetzt. Äh. Je größer die Stadt ist, desto mehr Leute. Ähm. Und mehr Material für meine Artikel. Was für Artikel? Was macht denn der liebe Soseki denn? Was hat er denn für Artikel? Hm. Ja, bitteschön. Ah. Ah. Achso. Er nimmt an. Sehr gut. Schön einschleimen. So. Okay. Ähm. Ja, genau. Hier wohnt Soseki. Man kann jetzt hier rüber gehen. Hier habe ich auch einen kleinen Wetterhahn hingesetzt. Ein paar Büsche sind hier oben auch wieder. Hier. Reisen. Heuballen. Und hier habe ich das Gartending hingetan. Ein großer Platz, da es momentan leider leer ist. Hier wohnt Dunhill. Im hintersten Eck. Ähm. Tina habe ich jetzt hier hin verfrachtet. Der Eck gleich, wenn man hier hochkommt, hat man direkt hier ihr Haus. Hier kann man noch ein Stück weiter gehen. Hier ist ein kleiner Brunnen und noch eine kleine Sitzgelegenheit. Vielleicht kommt dahinter noch irgendwas buschiges. Oder vielleicht wachsen da eben ein paar Bäume. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und hier oben, wie man vielleicht sieht, ist eine große leere Fläche noch. Ja. Da wäre... Ja. Mal gucken, ne? Da wird bestimmt auch nochmal was hinkommen. Ähm. Ja. Hier geht es zum Wald hoch. Habe ich auch hier schön mit einem Tor und zwei kleinen Bäumchen markiert. Gut. Äh. Ja. Hier wohnt Toni. Hallo Toni. Ja. Und direkt daneben die liebe Ayruha. Ach ne, die wohnt nicht daneben. Daneben wohnt der Arzt, der Klaus. Aber gegenüber von ihm wohnt Ayruha. Ja. Ähm. Da habe ich mich... Ah. Hier sieht man auch. Wenn man sich mit ihm besser anfreundet, dann ist ihr Haus auch detailliert. Und bei ihr sind jetzt hier sogar kleine Bambusse. Äh, nicht Bambusse. Ich habe Plural von Bambus Bambusse. Ich weiß es nicht. Ähm. Und kleine... Ach. Wie heißt es nochmal? Die kleinen Bäume. Bo... Bonsais. Genau. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Habe ich jetzt alles ein bisschen umgestaltet. Alles ein bisschen aufgelockert. Vielleicht, ähm. Wohnt jetzt hier zum Beispiel Ayruha, Klaus und Worte ein bisschen zu nah aneinander. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen was auflockern. Aber sonst... Ich weiß halt auch nicht, wie viele Gebäude insgesamt noch kommen. Oder was generell noch alles kommt, was ich bauen muss und was noch kommt. Deswegen, äh... Mal gucken. So. Hier war ich offensichtlich heute noch nicht. nicht. Das übernehme ich jetzt auch gleich mal noch. Wo ist... Ja. Der Ultrahammer. Tio. Oh, ein Backstein. Das ist aber praktisch. Ah. Florid. Brauch ich inzwischen glaube ich auch nicht mehr so. Ich weiß... Vielleicht später noch. Man weiß es nicht. Was gibt es hier? Oh, Reischalkos. Ah. Müll. Oh. Red Clovers. Okay. Anscheinend sind jetzt hier wieder Blueprints fallen. Oh, oh. Ich kipp gleich um. Ich muss aufpassen. Hab ich noch irgendwas zu essen? Ich kann ja vielleicht ein Stück Minze essen. Da schläft das in irgendeiner Weise. Ich hab keine Ahnung. Ich will eigentlich jetzt hier ungern in Ohnmacht fallen. Und ein Aal auf Reis. Möchte ich jetzt aber auch nicht essen. Ähm. Ja. Schöf. 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 Ähm. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch essen könnte. Möchte ich jetzt einfach mal... Ein Ei? Oh, aber ich will ein ganzes Herz. Na immerhin. Ah. Das hat nicht so viel gebracht. Oh. Kaffee Mokka. Oh Gott, ich hab Angst. Oh, okay. Wir können ja nicht mal graben. Kaffee Mokka haben wir bekommen. Ich glaube, ich hab schon relativ viele Rezepte jetzt hier von dem Ding. Man kann ja auch nur begrenzt viele Rezepte und Baupläne vom Graben bekommen. Und ich denke mal, ich bin da jetzt in Anführungszeichen schon ziemlich weit. Ich kann ja mal gucken, in welcher Gruppe ich bin. Wir haben das ja so in Gruppen gemacht, dass man so nach und nach nur die ganzen Rezepte und Baupläne bekommt. Gucke ich mal. Äh. Äh. Activities Mining. Kaffee Mokka habe ich bekommen, ne? Da kann ich mal gucken, in welcher Gruppe das zum Beispiel ist. Kratar. Äh. Mango. Icecream. Kaffee Mokka. Gruppe 3 bin ich. Das kann sein, dass ich bald in Gruppe 4 rutsche. Und dann kommt noch Gruppe 5. Also quasi die Rezepte, die ich bekomme, sind halt eben immer in Gruppen. Und von 1 bis 5 bekommt man dann nach und nach halt alles. Bei den Bauplänen sieht es auch ganz gut aus. Da bin ich jetzt glaube ich inzwischen bei Gruppe 3. Äh, bei Gruppe 2. Und in Gruppe 2 bekommt man erst das ganze Zeug, wenn man 300 Sachen schon insgesamt abgebaut hat. Was ich offenbar anscheinend gemacht habe bereits. Sehr schön. Ach, ich muss auch noch bei Soseki im Haus das Zeug suchen. Fällt mir grad so ein. Ups. Hätte ich vielleicht mal gleich machen können. als ich bei ihm war. Oh man. Mal wieder verpeilt wie eh und je. Na gut. Dann lass uns mal anfangen. So. Gehen wir mal hier hoch. Bei Clemen vorbei. Und Juri. Kann sein, dass Juri bei ihrer Mutter immer schläft. Ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Bei sich oder bei ihrer Mutter. So. Jetzt räumen wir mal hier mal Sosekis Wohnung aus. Das Haus ist zum Glück eh nicht so groß. Irgendwann sagt mir, dass es hier ist. Ah, da ist es sogar. Äh. Morning on the farm. Ein Morgen auf der Farm. Na gut. Ah, das ist gefunden. Okay. Okay. Ja. Und Sosekis so. Hä, was? Ich klappe einfach mal hier durch. Gut. Ähm. Dann. Wollen wir die Melodie gleich spielen? Oder soll ich es noch ein bisschen spannend machen? Bin gespannt, was es dann gibt. Hm. Hm. Noch irgendwelche Abkürzungen? Oder noch irgendwelche Orte? Ich glaube also ein, zwei Sachen weiß ich noch. Eine Sache oder zwei Sachen weiß ich noch. Ich denke die andere Sache wird, also einmal oben. Hm. Ich kann irgendwo noch hochspringen später dann im Wald. Das habe ich schon gesehen. Und wow, die Frames wieder. Und hier natürlich ganz offensichtlich links werde ich auch noch irgendwann lang gehen können. Egal. Ich mache das morgen. Ich vergesse das dann eh wieder mit den Wichteln. Aber egal. Ich mache das morgen. So. Nochmal ganz kurz auf den Kalender geguckt. So. Übermorgen ist Sosekis Geburtstag. Und dann sagt Eck das Musikfest. Huiuiui. Ab ins Bett. Äh. Ja. Haben sogar nicht verschlafen. Sehr schön. Dap, dap. Ich hätte vielleicht noch dir meine Sachen gießen können. Das ist gar nicht die Sachen überhaupt oft. Ach. Egal. Los geht's. Meine Gurkenzucht ist übrigens formidabel. Ich habe jetzt schon zweieinhalb Sterne. Vielleicht bekomme ich sogar drei Sterne. Dann kann ich vielleicht mich in der normalen, in der mittleren Klasse versuchen. Ich weiß es nicht. Ob das... Oh. Hier wollte ich noch was anpflanzen. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ich gieße die Felder schon mal vor. Dann kann ich ja hier was anbauen. Meine Gießkunde ist almost enden. Im Tier. Oh. Jetzt ist sie ganz leer. Und zwei Felder bleiben übrig. Na tolli. So. Hm. Ja. Da. So. Dann gehe ich noch mal ganz kurz hoch. Meine ganzen Insekten und so verkaufen. Damit ich ein bisschen Platz mache im Inventar. Ähm. Dann werden die Gurkchen mal gedüngt. Und dann kümmere ich mich auch schon um meine Tierleinchen. Ah. Hier sind auch ein bisschen Deko, ne? Das stand vorher alles auch noch nicht da. Die Bäumchen und so. Das ist neu. Vielleicht habe ich das jetzt durch das Fest bekommen. Kriegt das doch so viele Freundschaftspunkte. Cool. Das ist ja alles so ein bisschen fancy. Alles weg hier. Mhm. Piggy Bear. Grasshopper. Weg, weg, weg. So. Okay. Dap, dap. Ich könnte auch mal gucken, ähm, was es für Parfums gibt. Und entsprechend vielleicht auch die Sachen dafür züchten. Das wäre vielleicht mal eine Option. Damit ich besseren Honig kriege. Gucke ich dann am besten dann direkt mal nach. Sobald ich jetzt hier mit dem Rest fertig bin. Ich will natürlich jetzt hier nicht vergessen, mich um die Tiere ausreichend zu kümmern. Schön, Sleni. Papak. So. Futter habt ihr ja zum Glück genug. So. So. Lecker Eier. Haben wir schon gezeigt? Ja. Sieben Eier kriegen wir jetzt am Tag momentan. Das ist richtig knurke. Gefällt mir gut. Muss nur aufpassen, weil eigentlich müsste dann Leni bald auch ein Ei mehr geben. Vielleicht braucht sie doch wieder normale Leckerlis eine Zeit lang. Muss man mal das Eis ein bisschen im Blick behalten. Na ja. Oh Gott, ihr hängt ja alle total auf einem Haufen. Geht mal ein bisschen auseinander, damit ich mich um euch richtig kümmern kann. So schlimm, wer hier kuschelt. Richtiges Gruppenkuschelfeeling hier. So. Hm. Irgendwann werde ich ein braunes Alpaka haben und eine Speedbürste. Ich werde diesen Tag kaum erwarten können. Oh. So. Ja. Oh. Und ich kann auch wieder... Kann ich schon scheren? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das sieht gut aus. Das machen wir. Haha. So. Ähm. Dann machen wir das gleich mal mit den Speedy Clippers und gucken, wie das geht. Zack. Und fertig. Ach. Ich wünsche, das würde immer so schnell gehen. Ach. Ich würde mich so freuen, wenn das Bürsten so schnell ginge. Jeden Tag fünfmal Bürsten. Das ist schon anstrengend. So. Wobei das Melken zum Beispiel auch relativ schnell geht, finde ich. Ob es so eine schnelle Melkmaschine gibt. Weil einmal hier kurz auf die Zitze gedrückt und dann ist er eigentlich schon immer fertig. Das klingt komisch, wenn ich das so sage. Aber ist so. Ähm. Ein paar Kuhleckerlis verteilen. Einmal für Kibo. Jojo. Und zum guter Letzt auch noch die liebe Annika. Ja. So. I'm back. So. Dann sind wir jetzt gleich fertig. Ich gucke nochmal gleich ganz kurz in meine Übersicht. Und ob irgendjemand irgendwo hingekackert hat. Und dann bekommt Creamy ja auch noch ein bisschen was zu essen. Der Arme sitzt da drin. Oder ich nehme einfach mit raus. Dann kann da draußen ein bisschen rumlaufen. Gucken wir mal kurz. Ist hier irgendwo Kacka? Ne. Okay. Sieht sauber aus. So. Oh. Jojo. Sehr gut. Ob ich da bei der Expertenklasse mitmachen kann? Ich weiß es nicht. Creamy sieht gut aus. Komm Kibo. Schon vier Herzen. Da hätten wir spätestens gewonnen. Oh. Und das nächste Schaffest hat mir auch sowas von gewonnen. Janik. Hm. Naja. Das nächste Lamafest war dann glaube ich doch eher etwas knapp. Aber ist okay. Ist okay. Ist okay. So. Da 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 da. So. Sehr schön. Dann. Pimmel. Pimmel. Ich noch ein bisschen rum. Warum hab ich das gesagt? Irgendwas lustig klingt. So. Klingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Ja. Ich hab euch auch alle lieb. Wie sie alle angerannt kommen. Äh. An angerannt kommen. Sehr schön. So. Dann schaue ich jetzt mal was es für Parfum gibt und was wir da vielleicht machen könnten. Ähm. Hier ist das glaube ich eh. Na? Ja hier. Ah. Margarete und Tulpen. Ist natürlich auch sehr teuer und schwer. Sage. Basil. Thymian. Rosmarie. Bergamot. Bailey. Hm. Hä? Habe ich da einige Sachen davon? Nicht eh. Anders geht zum Beispiel. Minze. Da kann ich ein paar davon machen. Mache ich mal. Hm. Ich weiß noch nicht. Ist das wie Dünger? Dass ich das wirklich auch täglich dann so benutzen muss oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich müsste mich ja vielleicht das nächste Mal vorher äh. äh. Genauer äh. Belesen. Ähm. Ich guck nochmal ganz kurz. Was hab ich denn jetzt hier für ein Parfüm gemacht? Miné. Waschenparfum. Herb. Mint. Jamal. Da schreibe ich mir mal auf. Ähm. Hm. Wo ist mein Titel? Da schreibe ich eigentlich immer die Melodien auf. Aber heute schreibe ich hier mal solches Parfüm auf. Minze. Und. Okay. Ähm. Gucken wir mal. Ob ich da vielleicht sogar entsprechend hier was anbauen kann. Was denn so zuchtmäßig machen könnte. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Oder? Nein. Doch. Vielleicht. Ja. Bleiben wir aus jetzt. Zwei Stück. Machen wir das schon mal. Kann ich mir rausstreichen. Yeah. Ist auch cool so Lavendel. Dass man hier Lavendel anbauen kann. Schade, dass das bei den späteren Teilen so nicht mehr geht. Finde ich eigentlich ganz cool. So. Minze. Oh. Minze. Ein Halbstern. Ist das schick? So. Und nach der Kulett. Wo ist es denn? Da. Oh. 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 Und удивFilip. Alles klar. Da haben wir ja auch VERY viel Erfolg geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und sage Tschau. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Jummi Lets Playe. Harvest Moon. A New Beginning. Bye.